Stell dir ein Objekt vor, das so schwer ist, dass nicht einmal Licht entkommen kann. Ein Objekt, das Raum und Zeit buchstäblich verschlingt und die Gesetze der Physik herausfordert. Das klingt wie Science Fiction, doch schwarze Löcher sind nicht nur real, sie gehören zu den extremsten Phänomenen im gesamten Universum. Schwarze Löcher entstehen, wenn massive Sterne kollabieren und sie können eine so unglaubliche Größe erreichen, dass unser Vorstellungsvermögen an seine Grenzen stößt. Aber wie groß sind diese Giganten wirklich? In diesem Video erfährst du, wie verschieden schwarze Löcher sein können und warum sie eine Schlüsselrolle im Universum spielen. Also bleib bis zum Ende dran, denn die Größe schwarzer Löcher wird dich überraschen. Bevor wir uns die unfassbare Größe schwarzer Löcher genauer ansehen, sollten wir kurz verstehen, was sie eigentlich sind. Ein schwarzes Loch entsteht, wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebenszyklus kollabiert. Sobald der Brennstoff des Sterns erschöpft ist, kann die Gravitation die Oberhand gewinnen und der Stern wird unter seinem eigenen Gewicht zusammengedrückt. Dieser Kollaps führt dazu, dass Materie auf einen winzigen Punkt komprimiert wird, der als Singularität bezeichnet wird. Rund um diese Singularität liegt der sogenannte Ereignishorizont. Das ist die Grenze, ab der nichts, nicht einmal Licht, dem Sog der Gravitation entkommen kann. Von außen sieht ein schwarzes Loch wie ein dunkler Fleck im All aus, ein Bereich, in dem jede Spur von Licht und Materie verschwindet. Schwarze Löcher lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen. Stellare schwarze Löcher und supermassive schwarze Löcher. Aber die Unterschiede zwischen diesen beiden sind enorm, vor allem, wenn es um ihre Größe geht. Beginnen wir mit den kleineren Vertretern ihrer Art. Stellaren schwarzen Löchern. Diese entstehen, wie erwähnt, wenn ein großer Stern kollabiert. Die Masse solcher schwarzer Löcher kann zwischen dem 3- bis 20-fachen der Sonnenmasse betragen. Das bedeutet, dass sie die 3-fache bis 20-fache Masse unserer Sonne haben, aber das Besondere ist, dass all diese Masse in einem extrem kleinen Raum zusammengequetscht wird. Ein typisches, stellares schwarzes Loch könnte einen Durchmesser von nur etwa 30 bis 40 Kilometern haben. Stell dir das vor, ein Objekt, das die Masse eines riesigen Sterns hat, ist auf die Größe einer Stadt komprimiert. Doch trotz dieser relativen Kleinheit im kosmischen Maßstab sind die Auswirkungen enorm. Die Gravitation in der Nähe eines solchen Objekts ist so stark, dass alles, was zu nah kommt, unwiderruflich hineingezogen wird. Um das noch greifbarer zu machen. Stell dir vor, du könntest die gesamte Erde in eine Kugel von der Größe eines Apfels pressen. Das ist vergleichbar mit der Dichte eines schwarzen Lochs. Doch stellare schwarze Löcher sind nur der Anfang. Die wahren Giganten des Universums sind die sogenannten supermassiven schwarzen Löcher. Diese Giganten befinden sich oft im Zentrum von Galaxien, darunter auch unserer eigenen Milchstraße. Das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie, genannt Sagittarius A. Asterisk, hat eine Masse von etwa 4 Millionen Sonnenmassen. Supermassive schwarze Löcher können sich jedoch über Milliarden von Sonnenmassen erstrecken. Aber wie groß sind sie wirklich? Nehmen wir das Beispiel von Sagittarius A. Asterisk. Der Durchmesser des Ereignishorizonts dieses schwarzen Lochs beträgt etwa 17 Millionen Kilometer. Das ist über 20.000 Mal größer als die Erde. Manche supermassiven schwarzen Löcher sind sogar noch beeindruckender. Einige dieser Giganten haben Durchmesser, die größer sind als die Umlaufbahn von Pluto um die Sonne und das nur der Ereignishorizont. Was sich jenseits dieses Horizonts befindet, können wir nicht sagen, aber wir wissen, dass die Masse dieser Objekte so gigantisch ist, dass sie ganze Galaxien beeinflussen. Nun kommen wir zu den extremsten Vertretern, den ultramassiven schwarzen Löchern. Diese befinden sich oft in den Kernen besonders großer und alter Galaxien. Eines der größten bekannten schwarzen Löcher befindet sich in der Galaxie 1101, einer der größten jemals beobachteten Galaxien. Dieses schwarze Loch hat eine unfassbare Masse von über 40 Milliarden Sonnenmassen. Der Ereignishorizont dieses schwarzen Lochs ist so groß, dass der Durchmesser etwa den Abstand zwischen der Erde und der Sonne 40 Mal übertrifft. Es ist fast unmöglich, sich eine so gewaltige Größe vorzustellen. Es ist so, als würde man versuchen, sich die Entfernung zwischen Galaxien in Kilometern auszumalen. Es sprengt unser Verständnis. Man fragt sich unweigerlich, wie groß kann ein schwarzes Loch überhaupt werden? Wissenschaftler vermuten, dass es eine theoretische Obergrenze geben könnte. Aber diese Grenze liegt so hoch, dass wir sie wahrscheinlich nie erreichen oder gar messen können. Doch diese Monster zu beobachten ist eine Herausforderung. Trotz ihrer enormen Größe sind sie extrem schwer zu erkennen, da sie keine Strahlung abgeben. Wir können sie nur durch ihre Auswirkungen auf die Umgebung und durch die Bewegungen von Sternen und Gasen in ihrer Nähe aufspüren. Schwarze Löcher sind nicht nur beeindruckend aufgrund ihrer Größe, sondern auch, weil sie uns an die Grenzen unseres Wissens bringen. Sie sind nicht nur eine extreme Manifestation der Gravitation, sondern sie beeinflussen auch die Entwicklung von Galaxien und möglicherweise das gesamte Universum. Ihre Gravitation kann riesige Mengen an Materie sammeln und ganze Galaxien formen. Darüber hinaus sind sie entscheidend für unser Verständnis von Raum und Zeit. In der Nähe eines schwarzen Lochs verlangsamt sich die Zeit enorm und die Raumkrümmung wird so stark, dass das normale Verständnis von Geometrie versagt. Aber das größte Mysterium bleibt. Was passiert im Inneren eines schwarzen Lochs, jenseits des Ereignishorizonts? Dort kollabiert die gesamte Materie auf die Singularität, einen Punkt unendlicher Dichte, an dem die bekannten physikalischen Gesetze nicht mehr gelten. Bis heute wissen wir nicht, was sich in dieser Singularität befindet. Sind es neue Dimensionen, eine andere Realität? Schwarze Löcher sind eine Einladung, weiter zu forschen und die Grenzen unseres Wissens zu erweitern. Schwarze Löcher sind die Giganten des Universums, von den kleineren stellaren schwarzen Löchern bis zu den massiven Monstern in den Zentren von Galaxien. Sie sind ein faszinierendes Beispiel dafür, wie unglaublich extrem und vielfältig das Universum sein kann. Ihre Größe reicht von wenigen Kilometern bis zu mehreren Milliarden Kilometern und doch sind sie oft unsichtbar und entziehen sich unserer direkten Beobachtung. Aber eines ist sicher. Diese kosmischen Giganten haben einen enormen Einfluss auf das Universum und unser Verständnis von Raum, Zeit und Gravitation. Wie groß ist das größte schwarze Loch, das wir jemals finden werden? Und was könnte es uns über das Universum verraten? Was denkst du dazu? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Lass es uns in den Kommentaren sehen und abonniere unseren Kanal, um ein Video mehr zu verpassen.